Kommst du mal eben bitte? Meine Augen jucken total. Oh, das neue Auswechtrikot. Das entspannt meine Augen immer so. Schön. Der Trainerposten ist seit Ewigkeiten der reinste Schleudersitz. Mir geht die übertriebene Erwartungshaltung beim SC so auf den Sack. Christian Streich passt nicht zu Freiburg. Ne, ich glaube, der ist auch ein bisschen einfach gestrickt. Weißt du, so im Kopf. Er guckt auch nie über den eigenen Tellerrand. Schade. Ohne dich bin ich einsam. Schöner finde ich zweisam. Einsam, zweisam. Wie wär's denn mal mit Dreisam? Dreisam? Ne, also mit sowas haben wir gar nichts am Hut. Ehrmann, keiner macht mich mehr an. Dieser eine sympathische Verein aus Süddeutschland. Hier, VfB Stuttgart. Genau. Wiederhören. Alter, was war das denn? Birgit Kraft, ey. Ich will mit der nichts zu tun haben. Danke. Wer ist denn Birgit Kraft? Na, ist egal. Geil, dass wir immer mit dem Auto rüber ins Stadion fahren. Ja, ich meine, das macht in Freiburg doch jeder so. Hey, guck mal, hey. Hey. Nils Pedersen, ey. Chancen tot. Auch charakterlich eine Null. Volker Finke. Volker, der? Ganterbier. Lecker. Lecker. Der Abstieg 2015, der war leider verdient. Tja, und unvermeidbar. War einfach ein schlechtes Team. Ja, nicht gut besetzt. Der Moe Idrisou. Ja? Der hat ja seinerzeit mal die Champions League gewonnen. Ah, ja, richtig. Hat der. Was machst du da? Willst du auch ein Stück? Was soll das sein? Das ist eine Wassermamelone. Das ist lecker. Das ist ein Jahr. Als nächstes Jahr. hoped das wo waar. Wirw trouver. Õtl da. Was.